Ja, und dann komme ich oft mal wie in so ein kleines Ritual hinein, wo es dann sehr früh schon anfing, dass ich einfach auch Botschaften von den Pflanzen bekommen habe. Bei der Kamille ist es so, wenn man die Blüte aufschneidet, dann hat die innen drin so ein Luftpolster. Das hat nur die echte Kamille. Und auf einmal war ich ganz klein, diese Blüte ganz groß, es war die Hälfte da. Und die Pflanze sagte, steig ein, ich bringe dich sicher ins andere Ufer. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich ganz besonders auf die liebe Christel. Schön, dass du da bist, liebe Christel. Matthias, danke für die Einladung, freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Du bist eine Kräuterheilkundige, eine Kräuterfrau, Wildkräuterpflanzenexpertin und beschäftigst dich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Kräutern und bist sehr viel draußen. Wie bist du denn zu diesem Weg gekommen? Gibt es ein Schlüsselerlebnis, also wodurch du dich intensiv mit diesem Thema Wildkräutern beschäftigt hast? Also so ein Schlüsselerlebnis war letztendlich einfach eine Seelenverabredung mit meinem jetzt früheren Mann, Dieter Bärweiler. Wir haben uns im Jahr 2000 getroffen, kennengelernt und dann ging so eine Lebensreise mit uns beiden los und relativ schnell war aber klar, es ist wirklich eine große Seelenverabredung, wo es nicht nur in Anführungsstrichen um uns zwei Menschen geht, sondern da darf Großes entstehen und so haben wir den Calendula Kräutergarten in Stuttgart gegründet. Ja, und das war dann ab dem Jahr 2002 und ab dem Tag war ich eigentlich nur noch da draußen bei den Pflanzen mit den Kräutern. Es hat ein bisschen gedauert, bis der konventionelle Gemüsebetrieb mal umgestellt war, a auf Bio und b auf immer mehr Heilpflanzen. Aber das war mein Weg und weißt, wenn du das tust, warum du hier bist und du spürst einfach, dein Herz schlägt so dafür und deine ganzen Zellen, alles hüpft vor Freude, weil du jetzt diesen Weg gehst, da gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es nur ein immer tiefer, tiefer, tiefer Einsteigen in die ganze Geschichte. Wir haben begonnen mit einer Teeproduktion. Ja, das geht, eigenen Tee anbauen im Neckartal, das war auch so, wie, was, der kommt von euch, das geht doch gar nicht, dass man eigene Tee anpflanzt. Das war also damals noch was so ganz, ganz Spezielles. Später ging es weiter mit Tinkturherstellung und so fort und so weiter. Und für mich ist einfach, ich kann nicht rausgehen, einfach eine Pflanze abschneiden, abrupfen und mitnehmen. Mitnehmen, das geht nicht, nee, ich mache immer ein Antiritual mit der Segnung von Mutter Erde, der jeweiligen Pflanze. Ja, und dann komme ich oft mal wie in so ein kleines Ritual hinein, wo es dann sehr früh schon anfing, dass ich einfach auch Botschaften von den Pflanzen bekommen habe. Und ja, und dieser Gänzeweg, wie gesagt, er ist immer größer geworden, weil es am Anfang so ein kleiner Trampelpfeil war, wurde dann irgendwann so eine zehnspurige Autobahn gemerkt, aber es geht gar nicht mehr anders. Und ich will auch gar nichts anderes mehr machen. Ja, das ist total schön zu hören, also dass sich das so erfüllt und dass du einfach so glücklich bist, weil du deinen Weg und deine Aufgabe gefunden hast. Das wünschen sich ja auch sehr, sehr viele Menschen, dass sie genau dieses Gefühl des Angekommenseins in der eigenen Aufgabe erleben. Und ja, finde ich sehr schön, wie du das beschreibst. Und kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal diesen, als das erste Mal so ein Kontakt entstanden ist, dass wirklich eine Pflanze zu dir gesprochen hat? Kannst du uns da mal mitnehmen? Also der allererste Kontakt, der war schon ein paar Jahre vor dieser Zeit, bevor ich einen Dieter kennengelernt habe. Aber das war alles so ein bisschen spooky für mich. Also ich konnte damit noch gar nicht großartig was anfangen. Da war ich in einer riesengroßen Kräuterspirale. Es war neblig, es war trüb, es hat genieselt. Und außer mir war eigentlich überhaupt niemand dort. Und auf einmal habe ich aber ganz klar und deutlich eine Stimme gehört, jemand, der spricht. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dieses Etwas, dieser Jemand, der spricht mit mir. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt und immer hoffe ich, dass ich mich tatsächlich eines Tages mal wieder daran erinnern kann. Was war es denn eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Es war damals die Erzengelwurz, die Angelika. Aber ich weiß einfach ganz, das weiß ich noch, es ging darum, dass ich praktisch wie an so einer Kreuzung in meinem Leben stehe. Und dass die Pflanzen mit mir Kontakt aufnehmen. Später ging es dann weiter natürlich im Kräutergarten. Und also eine war zum Beispiel die Kamille. Da stand ich dran, habe mein Ernteritual gemacht. Es war ein total schöner, sonniger Tag. Und bei Ritualen habe ich immer erstmal die Augen zu und habe auch meistens so ein bisschen von der Pflanze so in der Hand. Stellvertretend für alle Pflanzen, die gerade wachsen, für die Segnung. Und auf einmal habe ich so Bilder bekommen. Das war ein überreißender Fluss. Also keine Chance, über diesen Fluss drüber zu kommen. Ich stand hier und ich wollte aber drüber gehen. Und bei der Kamille ist es so, wenn man die Blüte aufschneidet, dann hat die innen drin so ein Luftpolster. Das hat nur die echte Kamille. Und auf einmal war ich ganz klein, diese Blüte ganz groß. Es war die Hälfte da. Und die Pflanze sagte, steig ein, ich bringe dich sicher ins andere Ufer. Okay, bin eingestiegen. Und auf einmal war der Fluss ganz ruhig. Wir sind ganz gemütlich da rüber geschippert und auf der anderen Seite bin ich ausgestiegen. Was war das für eine Botschaft? Es war die Botschaft der Pflanze, die uns praktisch hilft durch stürmische Zeiten, durch dieses Gefühl, ich komme nicht mehr weiter, da ist ein Stoppschild. Ich habe Angst, mich dem hinzugeben, dass sie uns genau in solchen Zeiten weiterhilft. Ich habe später dann in der Homöopathie so ein bisschen Beschreibungen gefunden, dass sie eben sehr gern eingesetzt wird, auch zum Beispiel bei Kindern, die in so Angstzuständen drin sind, vor der Schule, vor dem Kindergarten, vor Gott weiß was allem. Und das sind so Momente, da sitze ich da und denke, oh mein Gott, wie schön ist das denn? Es ist leicht, es ist einfach auf der einen Seite, aber es hat Jahre gebraucht, bis ich da immer wieder mal wirklich in diese Sicherheit reinkam. Das, was ich jetzt sehe oder in meinen inneren Bildern oder auch höre von den Pflanzen, dass es wirklich von den Pflanzen ist und nicht irgendwie aus meinem Gedanken, aus meinem Kopf, aus meinem Ego entspringt. Genau, das ist ja die große Herausforderung von allen, die medial sind, dass die Botschaften, die wir bekommen, dass wir am Anfang erstmal uns natürlich die Frage stellen, weil wir aus einer wissenschaftlich geprägten Zeit kommen oder Gesellschaft kommen, dass wir uns erstmal die Frage stellen, ist das jetzt mein Verstand oder bilde ich mir das ein oder ist das eine echte Botschaft, die ich erhalte? Ich habe mir diese Frage auch am Anfang, ich habe ja eine starke Verbindung auch zu Lehrern in der geistigen Welt, hatte aber auch viele Botschaften, die ich auch von Pflanzen oder von einer Quelle zum Beispiel bekommen habe. Und ich habe dann auch diese Frage gestellt, ob ich mir das einbilde und die Antwort, die ich damals mitbekommen habe, war, dass es keine Rolle spielt, weil am Ende nur die Botschaft und das Ergebnis zählt. Und dann habe ich mich dem einfach so total hingegeben und dachte, ja, es ist letztendlich wirklich egal, wenn es eine Botschaft ist, die mich inspiriert, die mich beflügelt, die mich weiterbringt, die mir hilft, dann ist es einfach perfekt, so wie es ist. Und ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, wo kommt es her, ist es wahr, kommt es aus meiner Seele, kommt es wirklich von diesem Wesen? Aber das ist natürlich auch erstmal so ein Wachstumsprozess. Es ist ein Wachstumsprozess, es ist ein Lernprozess, es geht auch ganz viel um Vertrauen in dem Moment. Habe ich das Vertrauen, dass das jetzt stimmig ist? Und mir hat dann immer wieder geholfen, es ist für mich jetzt stimmig. Das muss nicht für die ganze Welt und für tausend andere Menschen stimmig sein, aber für mich ist es jetzt gerade stimmig. Und so gab es dann irgendwann die Pflanze Karte. Alle, die vielleicht irgendwo mit Borreliose infiziert sind und natürliche Wege gesucht haben, die sind sicher auch schon mal der wilden Karte begegnet. Wir haben die damals im großen Stil angebaut für ein Institut. Ja, und so hatten wir ganz, ganz, also tausende von Karten, weil da wird natürlich einmal die Wurzel geerntet, dann das erste Grün im Frühling. Also wir haben immer die Ganzheit der Pflanze praktisch nachher in unserer Tinktur drin gehabt. Dann immer auch Blüten als Information und die Samen. Das heißt, ich stand mindestens dreimal im Jahr auf dem Feld und habe diese Ernterituale gemacht. Und der Kolben, der sieht praktisch immer oval aus. Da entstehen dann diese wunderschönen kleinen, lilanen Blüten. Und Wolf-Dieter Stoll hat schon vor über 20 Jahren ein Buch geschrieben, Borreliose natürlich heilen. Ende des Antibiotika-Zeitalters, das war eine Revolution, dieses Buch. Und so haben auch viele Menschen diese Pflanze kennengelernt und da ist sie auch vorne drauf. Und sie hat immer diese kleinen, lilanen Blüten, die wandern praktisch immer in Ringen über diesen Kolben drüber. Und das war für Wolf-Dieter Stoll praktisch auch diese Signatur für die Borreliose, für die Wanderröte. Und dann kam irgendwann der Tag, da gab es eine Karte, die hat eben nicht diesen Kolben ausgebildet, sondern ein Herz. Und jetzt kann man natürlich sagen, es gibt ja ganz viele Kartoffeln, Äpfel, es gibt alles Mögliche, die immer wieder mal ein Herz machen. Ist das eine Irritation der Natur oder ist hier was völlig schief gelaufen oder könnte es vielleicht auch eine Botschaft sein? Und nachdem ich ja da schon viele Jahre mit der Karte unterwegs war, war das so, oh mein Gott. Ich habe dieses Herz angeschaut, wo bereits schon die Samen drin waren und ich wusste einfach, es ist eine Botschaft der Pflanze und von Mutter Erde. Und die Botschaft war ganz kurz und sag ich aber sowas von eindringlich, geh deinen Herzensweg. Und wenn ich mich als Pflanze verändern kann und etwas anders machen kann, wie dieses Herz auszuformen, kannst auch du dich verändern. Hab den Mut, auf dein Herz zu hören oder es überhaupt erstmal zu hören und dann hab den Mut, das, was du gehört hast, auch wirklich umzusetzen. Ja und so begann für mich ab dem Moment, wo dieses Kartenherz auftaucht, ist wirklich auch bei mir, in mir eine ganz, ganz große Veränderung. Und das ist bis heute noch, wenn ich so eine Karte sehe, kann ich immer wieder nur sagen, danke. Danke für diese Botschaft, danke für all die Kraft und Energie, die du mir geschenkt hast, meinen Herzensweg zu gehen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich bin auch überzeugt davon, weil wenn man jetzt so sich mit Heilpflanzen beschäftigt, auch weltweit, gibt es ja ein ganz großes Wissen darüber, wofür die Pflanzen da sind, wie man sie zubereitet, welche Wirkung sie haben. Und wenn man sich mal die Frage stellt, woher kommt denn dieses Wissen, dann bin ich mir sicher, dass eben auch in der ganzen Welt es immer Kräuterheilkundige gab oder Schamanen gab, die sich mit dem Wesen der Pflanze verbunden haben und die all diese Informationen über das Wesen der Pflanze, über die Wirkung, über die Anwendung, wie das eben diese Informationen erhalten haben und das dann weitergegeben haben. Ganz genau. Also ich denke mal, auch wenn man heute noch zu irgendeinem wirklich noch Naturvolk in Regenwald kommt oder auch in Afrika und man würde denen was von Saponinen, Flavonoiden und sonst was erzählen und dass die uns heilen. Ich glaube, die Menschen, die würden uns völlig verwundert anschauen und sagen, wie, das ist da alles drin. Es ist der Geist der Pflanze. Es ist der Geist und das Wesen der Pflanze, das dich letztendlich heilt. Ja, das sind ganz, ganz viele verschiedene Ansichten, aber das war auch immer wieder meine Überlegung. Woher wussten die Menschen das schon vor Tausenden von Jahren? Dass eine Pflanze jetzt, ich nehme jetzt auch einfach mal den Beifuß, dass das zum Beispiel eine ganz große Pflanze in der Frauenheilkunde ist. Und Beifuß gehört zu der Artemisia-Familie und die wächst eigentlich weltweit, außer an den Polen, in der Wüste. Aber in fast allen Ländern kommt es vor. Und fast alle Heiler, Schamanen, Heilkundige in diesen Ländern, die verwenden seit Tausenden von Jahren den Beifuß für Räucherungen, für Reinigungen. Schamanen, die praktisch von ihrem Kranken, der ihnen jetzt gerade gegenübersteht, unterliegen sie reinigen damit die Aura, indem sie es räuchern. Und sie reisen auch mit dieser Pflanze in die Anderswelt, um dort diesem Wesen der Krankheit zu begegnen. Und jetzt guckt man praktisch, wo ist praktisch diese Synapse, wo das ineinander einrastet. Und ich sage jetzt aber auch nicht, rein nur das Pflanzenwesen kann dich heilen. Weil dieses Etwas, egal wer, ob das jetzt ein Arzt ist oder was auch immer, kann dich heilen. Die Heilung, die findet in dir selbst statt, durch deine Öffnung des Herzens, durch deine Öffnung für, ich bin bereit für die Heilung. Und wenn wir dann auch noch bereit sind, vielleicht so ein bisschen hinzuschauen, ja, was sind denn jetzt eigentlich die Hintergründe? Weil für mich ist jede Erkrankung, und wenn ich hier rausgehe, die Stufen runterfalle und mir das Bein breche, ist letztendlich eine Botschaft der Seele. Eine Botschaft, wo es darum geht, dass ich verstehe, wo bin ich gerade falsch abgebogen? Oder was möchte meine Seele mir mitteilen? Und da geht es auch wieder darum, kann ich diese Botschaft wahrnehmen? Und so wussten auf jeden Fall die Menschen weltweit, in allen Völkern, dass Beifuß eine ganz große Pflanze ist, in der Frauenheilkunde. Selbst bei uns im Mittelalter haben sie früher Abtreibungen mit dem Beifuß gemacht, weil er einfach ganz, ganz stark die Gebärmutterreinigung anregt. Er wurde zur Geburtmitte zuverwendet, um die Geburt zu erleichtern. Ja, und so gibt es einfach ganz viele Dinge, wo man sich immer nur wundern und staunen kann. Und wie kommt dieses Wissen hierher? Und wenn wir jetzt gerade mal bei Artemisia bleiben, gibt es natürlich noch Artemisia Anua, der einjährige Beifuß. Wächst ursprünglich oder kommt ursprünglich aus China. Und das ist jetzt natürlich spätestens seit 2020 eine Pflanze, die doch immer bekannter, bekannter und noch bekannter wird. Und das ist gut so, denn sie hat eine ganz starke antivirale Wirkung. Und all diejenigen, die sich in dieser Zeit voll Vertrauen dieser Pflanze zugewandt haben, kann man nur sagen, die sind gut durch die Zeit gekommen. Selbst wenn sie dann mal eine Erkältung oder was auch immer bekommen haben, ist das doch alles relativ schnell und gut wieder abgeheilt, ausgeheilt. Und auch sie hat ein Pflanzenwesen. Und dieses Pflanzenwesen, auch das haben wir im Calendula Kräutergarten eingebaut, so ab 2004, 2005 etwa. Und wir kannten die Pflanze ja erstmal gar nicht. Dann haben wir die auch in Auftrag bekommen, haben sie ausgesät. Dann war sie auf dem Acker und ich denke so, boah, die wird groß, die wird mächtig. Die sieht auch völlig anders aus als unser heimischer Beifuß, Artemisia vulgaris. Und dann war es irgendwann September, manche waren wirklich über zwei Meter groß. Ich stand in so einem richtigen Wald drin und sie roch anders, sie sah anders aus. Die Blättchen waren anders. Und dann habe ich mein erstes Ernteritual mit ihr gemacht und das war so groß, mächtig. Männlich habe ich damals diese Pflanze empfunden und es war toll, es war schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht so wirklich mein Ding vom Wesen her. Vielleicht auch, weil ich damals selbst gerade immer wieder solche Geschichten drinsteckte, wo mir das männlich-machtvolle manchmal so erschien, so, das geht gar nicht. Und dann war es für mich aber auch erstaunlich, dass sich diese Pflanze so gezeigt hat. Ja, und irgendwann, das war so um 2012 rum, stand ich wieder auf dem Feld im September, habe wieder mein Ernteritual gemacht. Und auf einmal denke ich, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Es war nichts mehr mit stark, groß, kräftig, männlich, sondern da war eine Präsenz aus Licht und Liebe. absolutes Licht und Liebe. Und ich habe mein Ernteritual gemacht, es liefen schon immer die Tränen, nicht weil ich irgendwelche Bilder bekam, sondern weil mich das so, so tief im Herzen berührt hat. Und sie hat damals schon gesagt, ich habe mich gewandelt. Sie hat es zu mir gesagt, also ob das jetzt tatsächlich so ist, dass wir mal an dem Punkt, wo wir vorhin gesprochen haben, ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist, aber ich habe von ihr diese Botschaft bekommen, ich habe mich gewandelt. Und das, was du jetzt in mir fühlst, das ist die neue Zeit. Und ich bin hier, um euch Menschen durch diese Wandlungszeit zu begleiten. Das heißt, sie hat ihre Energie verändert von diesem Menschen hin zu diesem absolut lichtvollen Wesen. Und natürlich war das eine Zeit, wo es hieß, ja und jetzt verändert sich sowieso alles von dem, was jetzt seit 2020 ist. Die ganze Corona-Zeit wusste damals noch kein Mensch irgendwas. Ich habe halt gedacht, okay, das ist dieser große Zeitenwandel. Verstanden hatte ich das eigentlich erst ab 2020. Und damals, nach diesem Ernteritual, bin ich weggegangen. Also ich war so wie weggebeamt im anderen Universum. Habe immer überlegt, woher kenne ich diese Energie? Ich habe sie noch nie bei einer Pflanze in der Art kennengelernt, empfunden. Aber woher kenne ich diese Energie? Eine Stunde später, es ist mir aufgefallen, es fühlt sich an wie die reine Christus-Energie. Dieses Eingehülltsein in Liebe, Eingehülltsein, gefüllt ins ganze Universum und gleichzeitig Mutter Erde. Ja. Und dann ging die Zeit weiter. Und jedes Mal ab diesem Jahr, wenn ich mein Ernteritual gemacht habe, und ab da bin ich natürlich neugierig worden. Ich habe mich immer wieder mit der Pflanze verbunden, aber ich habe sie immer nur genau in dieser Kraft und Qualität, in diesem Licht und in der Liebe wahrgenommen. Und dann kam 2.20 und dann ging ich so meinen Weg mit dieser Pflanze, weil sie uns natürlich ausdrücklich sehr, sehr viel zu schenken hat und zu geben hat. Aber für mich einfach bei ihr ganz, ganz wichtig ist diese zwei Seiten, dieses Begleiten durch die Wandlungszeit. Und sie sagt auch immer, jeder, jeder Mensch, der jetzt gerade hier ist, jede Seele, die jetzt inkarniert hat, hat sich genau diese Zeit bewusst ausgesucht. Und jeder von euch Menschen trägt diesen Samen des Bewusstseins für die neue Zeit in sich. Da gibt es einen Teil in euch allen, die ihr jetzt hier seid. Ihr wisst genau, wie sich die neue Zeit anfühlt. Und ihr habt Sehnsucht danach. Und das ist das, warum ihr da seid. Ja, das ist echt wunderschön. Das heißt, kann man sagen, dass das so die Pflanze ist, mit der du den tiefsten Kontakt hast? Ja. Ja, wunderschön. Also mich faszinieren Pflanzen natürlich immer wieder auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Und es kommt immer wieder mal ein neuer Kontakt oder ein Kontakt, der auf einmal wieder viel, viel stärker ist mit einer Pflanze. Aber, weißt du, mir ist vor allem bewusst geworden, als ich 2021, es war glaube ich Februar oder März, bin ich morgens aufgewacht. Und dann war ganz klar da, mach einen Kongress Medizin der Erde nur zu dieser Pflanze. Und die Botschaft von diesem Pflanzenwesen, die war so klar, so eindeutig, so groß, dass sie bloß nur so, oh, ich lage mein Bild, ich war hellwach. Und gleichzeitig mal wieder so wie weggeschossen in ein anderes Universum. Das heißt, du hast diese Botschaft auch bekommen, also nicht direkt mit der Pflanze. Ja, überhaupt nicht, ich war nicht in diesem bewussten Kontakt drin, sondern ich bin aufgewacht, ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich vorher geträumt habe. Und dann habe ich erst gedacht, okay, es ist eine Ehre. Und ich wusste ja, diese Pflanze und ich, wir haben eine Verabredung. Wir haben wirklich eine Seelenverabredung hier für dieses Mein Leben. Aber dass das dann so weit geht, dass ich so klare Botschaften, so fast Anweisungen bekommen habe, das begann eigentlich erst in dem Moment. Und erst war so die ganz große Freude in mir, so, oh ja, das mache ich. Und nur zu dir, nur zu dieser einen Pflanze, ja, einen kleinen Kongress, aber nur zu Artemis Januar. Und nach drei Tagen ließ die Freude und diese Begeisterung nach. Und ich habe gedacht, oh mein Gott Christi, weißt du eigentlich, was du dich einlässt? Und was da politisch alles sein kann, weißt du, da ist ein Szenario in meinem Kopf abgegangen. Und dann sperren sie dir deine Videos und dann fliegt der ganze Kongress durch den Wind und überhaupt. Und dann war aber klar, ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, Artemis Januar, wenn es wirklich sein soll und ich diesen Kongress mache, dann brauche ich von dir alle, alle Unterstützung. Bitte halte mir den Rücken frei und ebne mir den Weg, dass ich es tun kann. Ich gehe den Weg, aber ich brauche deine Hilfe. Und in dem Moment kam wieder dieser absolute Schauer über mich und durch mich hindurch, von diesem Licht, von dieser Liebe. Und ich wusste, okay, dann gehe ich jetzt los. Und der Kongress, es war schon sehr speziell. Ich hatte zwölf Sprecher im ersten Kongress aus verschiedenen Ländern, Menschen, die zum Teil seit Jahrzehnten mit dieser Pflanze in Afrika unterwegs sind, die nicht nur darüber erzählen, das, was sie irgendwann mal gelesen oder gehört hatten, sondern die hatten das hautnah in ganz vielen Jahren dort erlebt, wie Menschen mit Malaria in ein Hospital getragen wurden, weil sie schon nicht mehr laufen konnten, hochfieberten. Denen wurde dann erstmal ein Lidatumis Januar Tee eingeflößt und am nächsten Tag das Fieber ging runter. Viele konnten nach drei Tagen die Klinik wieder verlassen. Und das sind halt Dinge, was meine Älteste damals, die Hannelore Klapes, die war damals schon, wie alt war sie, 92 Jahre alt, die praktisch ab der Rente, wo sie offiziell in Rente ging, sozusagen wirklich in den Unruhezustand ging. Und eigentlich, sie sagt immer, mein wirkliches Leben hat erst dann begonnen, dass ich zufällig Hans-Martin Hirt begegnet bin, zufällig dann nach Afrika ging und einfach auch diesen großen Ruf der Pflanze gehört habe. Und das sind Dinge, die berühren dich so, so tief, wenn Menschen einfach den Mut haben, ihrer Vision zu folgen und spüren, ich habe nicht nur eine Vision, ich habe eine Mission hier auf der Erde. Und sind denn die Erfahrungen der Menschen, die auch in deinem Kongress waren, sind die denn ähnlich, also ähnlich zu deinen Erfahrungen mit der Pflanze? Also ich habe da, über das Pflanzenwesen haben wir eigentlich selten gesprochen, sondern es ging hauptsächlich um die stoffliche Wirkung. Aber so Menschen, die einfach, ja natürlich, es waren Tausende von Menschen beim Kongress dabei und dann ging es ja auch darum, ich will diese Pflanze haben, kaufen konnten wir sie natürlich nicht überall, weil sie ja immer noch diesen Regelungen unterworfen war. Aber man konnte sich die Samen holen, man konnte sie aussäen und ja, sie wächst bei uns daheim im Töpfchen, im Garten. Eine befreundete Gärtnerei von der Klaus Umbach, die haben in Absprache mit mir, weil ich habe gesagt, Klaus, wenn wir das machen, ganz, ganz viele Menschen möchten die Pflanze haben. Und ich möchte nicht nur über irgendwas sprechen, wo jeder dann mit einem enthäuschen Gesicht da sitzt und denkt, ja, ist ja alles toll, aber ich kann es ja nicht haben. Da sind wir ja wieder im Mangel, was uns ja alles aber nicht gut tut. Und ja, er hat dann ausgesät und so konnten die Menschen dann die Töpfchen kaufen. Und da ging eine kleine Welle bis hin zu einer kleinen Revolution der Selbstversorgung los. Selbstversorgung auf einem ganz anderen, neuen Level nochmal. Nicht nur mit Kartoffeln und Gemüse und Salat, sondern hier fing wirklich so die Welle an der Selbstversorgung. Ich kümmere mich gut um mich, meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Familie. Und ich habe dann immer wieder Mails gekriegt, noch lange nach dem Kongress, du, ich bringe niemand mehr Rosen oder Blumen draußen mit. Ich bringe den Töpfchen Atomis, ja, in Mohammed, die Zagga. Genau so war die Idee, war der Plan. Einfach das Wissen, um diese Pflanze nach draußen zu bringen. Was dann jeder draus macht, ich sage immer, ich kann nur die Samen weitergeben. Was ihr draus macht, ist eure Geschichte. Aber solange ich nichts davon weiß, kann ich ja auch nicht entsprechend agieren. Ja. Und du hast von den stofflichen Wirkungen gesprochen. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Wir wissen einfach, dass sie eine ganz starke antivirale Wirkung hat, antibakteriell. Sie wirkt gegen Parasiten. Das war ja auch damals dann der Grund, warum wir sie angepflanzt haben, speziell in der Borreliose-Therapie. Also Parasiten, ganz großes Thema. Und so natürlich auch dieses, warum wirkt sie überhaupt bei Malaria? Ja, weil sie diese starke Wirkung hat. Es gibt einen Stoff, der gut und gründlich erforscht ist, das Atemisinin. Aber für mich ist halt ein Stoff in so einer großen Pflanze. Aber die Industrie hat damals begonnen, diesen Stoff zu isolieren, hat daraus dann Präparate hergestellt. Einmal gegen Malaria, aber auch bei der Behandlung von Krebs. Aber es ist halt immer, wenn du aus der Natur einen Stoff entnimmst, der eigentlich zu so einem großen Ganzen dazugehört, dann fehlt dieses große Ganzen. Und du hast nur diesen einen Stoff. Dieses Atemisinin hat natürlich auch eine Wirkung gehabt. Oder hat es auch heute noch. Aber man weiß inzwischen, dass es genügend Resistenzen drauf gibt, gerade in Afrika, wenn dieses Medikament verabreicht wird. Das hat eine Wirkung. Aber dann tritt die Resistenz auf. Und das heißt, es ist ewig schade. Auf Atemisinin gibt es keine Resistenzen. Also auch viele Menschen, die sich seit Jahren in Afrika trinken, um sich vor Malaria zu schützen, denen geht es gut. Denen geht es wunderbar damit. Ja, das ist ja auch ein Grundproblem der heutigen Wissenschaft, dass eben das Leben nicht als ganzes Lebendiges betrachtet wird, sondern dass alles isoliert betrachtet wird. Und dass man irgendwelche Stoffe rausisoliert, dass man irgendwelche Teilaspekte anguckt. Aber dieses große Ganze, dieses Lebendige, das wird halt vergessen von der Wissenschaft oder es wird einfach nicht beachtet. Es ist, ja, es ist halt einfach ein ganz, ganz anderes Denken. Und ich denke, eines ist sicher so ein ganz wirtschaftlicher Grund. Ich kann kein Patent auf eine ganze Pflanze anmelden. Aber wenn ich anfange, Wirkstoffe zu isolieren, da draußen Medikament mache, dann kann ich ein Patent anmelden und dann ist das sozusagen meins. Und das kann mir niemand mehr wegnehmen. Aber mit einer ganzen Pflanze funktioniert das einfach nicht. Und da gibt es ja halt viele Beispiele, auch Johanniskraut zum Beispiel, wo auch das Hypericin dann hochkonzentriert in irgendwelche Kapseln und Dragees verpackt wird. Dann haben wir die ganzen Warnhinweise drauf. Ja, nicht in die Sonne gehen und auch nicht in die Sonnenbank und was weiß ich was. Das kann dies, das, jenes an Schäden hervorrufen. Das ist dann, wenn es isoliert ist. Da haben wir einfach diesen einen Wirkstoff, der dann sozusagen nicht nur wirkt, sondern manchmal wirklich ein Unwesen im Körper treibt. Und dann kommen Dinge zustande, die wird es so einfach gar nicht geben. Und dann passiert ja wieder sowas, dass dann diese Pflanze insgesamt dann als schädlich bewertet wird von Behörden zum Beispiel. Also Stichwort Johanniskraut zum Beispiel. Ganz genau, ganz genau. Ja, und dieses Wesen, das eben immer mitschwingt, ist absolut richtig, dieser Gedanke. Und das ist einfach so eine ganz andere Herangehensweise. Aber ich in mir bin einfach so, so sicher, dass wir in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten uns immer, immer mehr wieder zurück zu unserem Ursprung entwickeln. So wie wir ganz am Anfang gesprochen haben über die Heiler und Schamanen weltweit, dass die sich ja auch praktisch mit dem ganzen Pflanzenwesen verbunden haben. Und da geht es auch für uns wieder hin. Und ich denke, irgendwann in absehbarer Zeit brauchen wir stofflich gar nichts mehr von der Pflanze, sondern es reicht unsere mentale Verbindung. Ich habe gerade kein Wort dafür, aber vielleicht spürst du, weil sie denken. Ja, also ich denke, dass die Lebenskraft aus der Natur und die verschiedensten Variationen davon, die verschiedenen Pflanzenwesen, die haben ja die Aufgabe, uns mit unserer Essenz zu verbinden und wieder in die, also uns praktisch die Information zu geben, die uns fehlt, um wieder in diese Ganzheit zu kommen. Und ich denke, und das erinnert mich auch noch an diesen einen Satz, den du vorhin auch mehr zu Beginn des Gesprächs gesagt hast, dass halt die Heilung dann passiert, wenn die Menschen sich dem Wesen der Pflanze öffnen oder wenn sie ihr Herz öffnen. Aber es ist ja sogar so, dass auch Heilung passiert für Menschen, die sich nicht unbedingt dafür öffnen oder die auch noch nicht mal daran glauben. Also ich habe sehr viele Beispiele erlebt, auch von Menschen, die unsere, zum Beispiel unseren Regenwald-Tee, angewendet haben und auch nicht daran geglaubt haben, dass das irgendwie funktioniert und dann richtig sehr erstaunt waren, was alles passiert ist an Heilung. Das heißt, teilweise passiert das, also funktioniert das ja auch, ohne dass die Menschen daran glauben. Ja, ich gebe dir absolut recht. Es ist anders, wenn du dich bewusst dafür öffnest, dann hast du einfach nochmal, oder hat dieses Wesen praktisch nochmal auf ganz anderen Ebenen zu mir Zugang. Aber wenn ich das nicht tue, ist trotzdem eine Wirkung da. Ja, ja. Mir ist jetzt gerade noch eins eingefallen, die Lebenskraft der Pflanzen, die sie uns schenken, das hört sich für manche Menschen sowas von esoterisch, spirituellen, total abgehoben an. So nach dem Motto, ist doch alles pappeler papp. Aber ich denke mal, jeder kennt ein Löwenzahn. Und jeder hat sicher auch schon mal draußen gesehen, du läufst irgendwo und da wächst so ein großer Löwenzahn aus dem Asphalt raus. Und das ist kein Pilipalle und das ist auch keine Fotomontage. Nein, sowas begegnet uns da draußen real life echt. Was befähigt diesen Löwenzahn, Asphalt aufzubrechen? Ist es die Kraft seiner Wurzel? Der Same, der ist jetzt irgendwann, vielleicht vor einem halben Jahr dorthin gefallen, hat sich in einer ganz, ganz kleinen Nische angesiedelt. Er kriegt ab und zu mal ein bisschen Regen ab, aber da ist weit und breit keine Erde. Aber diese kleine Same hat sich entschlossen, hier ist mein Platz und hier werde ich wachsen. Er lässt ganz kleine Wurzeln wachsen, die sich einfach mal durch diesen Asphalt nach unten bohren. Man kann wirklich sagen bohren. Und irgendeine Kraft außer dem Wasser lässt diese Wurzeln wachsen. Und die haben so viel Lebenskraft, dass die praktisch beginnen, so diesen Asphalt zur Seite zu drücken und es schiebt sich diese Pflanze nach oben. Welche Kraft wirkt hier? Das ist genau dieselbe Kraft, wie wir denken und denken und denken. Aber kein Wissenschaftler hat jemals diesen Gedanken unter dem Mikroskop angeschaut. Das ist diese Lebenskraft, diese göttliche Kraft, die eigentlich alles ins Leben ruft, am Leben hält und alles miteinander kommunizieren lässt. Wenn wir mal aus dieser Sichtweise uns das Ganze betrachten, dann können wir die Wissenschaft mal kurz auf die Seite legen und uns sozusagen der Magie des Lebens hingeben. Ja. Ja, das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Und was man sich halt auch immer wieder bewusst machen sollte, ist, es wird ja, also, sag mal, von den herrschenden Schichten aus, sei es, ob es im Mainstream ist oder auf Wikipedia oder sonst wo, es wird ja sehr stark gegen diese natürliche Heilkunde, gegen Homöopathie und so weiter vorgegangen, bis hin zu Verboten, Verbotsversuchen. Also, ich weiß zum Beispiel von Heilpraktikern, die mir erzählt haben, dass also, viele der Medikamente, der natürlichen Medikamente, mit denen sie gearbeitet haben, die sind alle nicht mehr da in Deutschland, weil sie alle verboten wurden. Und wenn man sich mal die Frage stellt, warum wird das denn gemacht? Und die einzige Antwort ist, es geht um sehr, sehr viel Geld. Weil das ist natürlich, stell dir vor, du hast irgendwo ein teures Medikament, dann hast du aber eine lebendige, machtvolle Pflanze, die noch dazu nicht viel Geld kostet, aber viel wirkungsvoller ist. Was bedeutet das für die Pharmaindustrie? Und das ist der Hintergrund. Und deswegen wird halt auch immer wieder behauptet, nicht, also so, das wirkt nicht, das ist alles Einbildung und so weiter, weil da stehen, das ist natürlich, die wissen natürlich selber, dass es nicht wahr ist, aber es geht halt darum, sich diese unliebsame Konkurrenz vom Hals zu schaffen. Das ist der Hintergrund. Und deswegen wird das ja überall unterdrückt und bekämpft. Deswegen darfst du auch bestimmte Äußerungen nicht machen oder musst sehr, sehr vorsichtig sein, darfst Wirkungen nicht beschreiben und so weiter und so fort. Weil, man stellt ja vor, die Menschen würden sich einfach einen Tee kaufen. Tee, der vielleicht 5 Euro kostet oder keine Ahnung. Oder sie würden es einfach im Garten aussehen oder auf dem Balkon in Töpfchen. Ja. Würden das womöglich noch selber ernten und sich das alles selbst zubereiten. Und das ist mein, warum ich hier bin. Ich verkaufe keine Produkte. Okay, das Malder Essenzen, aber das ist was ganz anderes, aber ich verkaufe keine Kräuterprodukte. Ich möchte einfach nur weitergeben, wie man sich das alles selbst zubereitet und ja, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Weil was war denn das schlimmste 2020 für die meisten Menschen? Diese unsägliche Angst von, was kommt da auf mich zu? Es kann mich jede Sekunde erwischen. So wurde uns das ja propagiert. Nicht alle haben es geglaubt, aber sehr, sehr viele. Wenn ich jetzt weiß, da gibt es eine Pflanze und die kann ja einfach jeden Tag essen, wie Artemisia anua oder ich trinke einen Tee draus, da gibt es den Zystus, da gibt es so, so viele andere Pflanzen, die da alle noch mit dazu reinspielen, dann habe ich ein starkes Immunsystem, weil es ist ja nicht der böse Virus oder der böse Parasit, sondern es geht ja darum, was fehlt meinem Körper, dass er das nicht abwehren kann. Das ist ja auch bei jedem Heuschnupfer, da schimpfen wir über die bösen Pollen, die da draußen fliegen, die sind es aber nicht. Was ist in meinem Körper so schwach, dass mein Körper praktisch die natürlichen Kräfte der Natur umdreht und mich in eine Krankheit wirft? Also da dürfen wir immer wieder ein bisschen umdenken und es anders sehen. Aber diese Selbstversorgung auf allen Ebenen zum einen und was passiert dann, wenn ich beginne, meine eigenen Heilpflanzen anzupflanzen, wenn ich da immer mehr über die Pflanzen weiß, ich finde sie draußen in der Natur und mäht es süß, bei Fieber, bei Schmerzen, eine Brennnessel, die mir bei so vielen Dingen helfen kann. Ich werde unabhängig. Ich kann damit auch raus aus diesen Angstzuständen gehen, wo man immer denkt, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Das ist ja eine Daueranspannung, Dauerstress, schwächt meine Nebennieren, tut dem ganzen Mensch niemals gut. Aber wenn ich um diese Dinge weiß, dann kann ich mich total entspannend zurücklehnen und denke, ja, ja, alles gut. Genau, wir gehen einfach raus und holen uns das, was wir brauchen. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Und natürlich, klar, also nicht jeder hat immer die Möglichkeit, das passende Grau direkt da zu finden, wo er gerade sich auffällt. gerade wenn man, was weiß ich, in anderen Regionen ist oder wenn man in der Stadt ist oder so. Und da gibt es natürlich ja auch fertige Dinge, also, die man auch zu sich, die man auch kaufen kann, die man auch zu sich nehmen kann. Also, nicht jeder muss jetzt alles selber sammeln, aber es ist auf jeden Fall ein toller Weg, also immer mehr in diese Richtung zu gehen und auch, dass wir uns eben immer mehr mit der, mit unserer Mutter Erde in Liebe verbinden und uns daran erinnern, dass wir ja immer Teil dieses wundervollen Wesens sind, auch wenn wir das teilweise vergessen. Aber dass wir immer untrennbar mit, mit unserer Erde verbunden sind. Und auch wenn wir das nicht bewusst wahrnehmen, wir mit allem versorgt werden von ihr, was wir brauchen, mit Wasser, mit Nahrung, mit frischer Luft, mit der Erdenergie. Das ist so schön, Matthias. Und das ist jetzt dieser, dieser Gleichklang bei uns beiden, weil genau so bin ich unterwegs und ich denke letztendlich, je mehr wir Menschen uns daran erinnern, dass wir wirklich eins sind mit Mutter Erde, eins sind mit dem Kosmos, eins mit allem, was da ist, desto größer wird auch der Frieden in uns und das Vertrauen und die Entspannung, Entkrampfung, das steht natürlich auch in vielen Beschreibungen von Pflanzen, wirkt entkrampfend, entspannend. Aber all das führt ja dazu, dass es mir als Mensch immer besser geht. Und je klarer mir einfach bewusst ist, vom Herzen her, ich bin verbunden mit Mutter Erde. Und noch einen Schritt weiter, wir sagen ja schon, oder viele Menschen sagen Mutter Erde, aber was bedeutet das denn? Die Botschaft, die ich jetzt erst vor kurzem von ihr bekommen habe, ist wirklich, du hast nicht nur deine leibliche Mutter, auch ich bin deine Mutter, ich bin die Urmutter aller Mütter, aller Kinder dieser Erde. Und so stehe ich in allererster Stelle ganz, ganz hinten in deiner Ahnenlinie. Und alles, was ich in mir trage, was ich bin, was mich ausmacht, trägst auch du in dir, wirkt auch in dir. Und somit bist du Tochter, Sohn von mir, von Mutter Erde. Fühlst du diesen Unterschied? So, du bist ein Teil von mir, hinzu, du bist mein Sohn, meine Tochter. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Ja, dann muss man eigentlich das Video jetzt abschließen, weil es einfach, dem nichts hinzuzufügen gibt. Danke dir von Herzen. So gern. Ich danke dir, Matthias. Und auch für deinen Weg und für dein Dransein und schön, dass wir uns hier begegnet sind. Ich hoffe, dass wir das mal live nachholen. Ja. Ja, danke dir auch, dass du dieses Wissen, dieses uralte Wissen wieder in die Welt bringst. Ja, danke für deinen tollen Einsatz und ihr Lieben, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Teilt gerne diesen Beitrag, wenn er euch gefallen hat auf allen Kanälen. Schaut gerne auch in die Beschreibung, dort sind auch spannende Angebote für dich und ja, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke für eure Unterstützung und einen wunderschönen, heißen Tag für euch. Alles Liebe. Danke, liebe Christel. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.